Die Formel ist die Geschwindigkeit, ist Delta S, Wegunterschied durch Zeitunterschied, V ist S durch T. Ich kann entweder mit konstanter Geschwindigkeit radeln oder, hier ist die Ampel rot, starten, mit konstanter Beschleunigung loslegen und die Formel gehört jetzt also in diese Ecke. Ich fahre mit konstanter Geschwindigkeit, mit 6 m pro Sekunde oder 22 km pro Stunde konstant, ja, konstant, da hin. Dann wende ich die Formel an, ich mache mal so ein Beispiel. Mich interessiert zum Beispiel, welchen Weg lege ich zurück in dem Bereich zwischen Sekunde 1 und Sekunde 3. Also, da ein bisschen Platz machen, Beispiel. Also ich habe jetzt hier, deswegen habe ich das gemacht, zwischen Sekunde 1 und Sekunde 3 ist Delta T gleich 2 Sekunden. Das ist die Zeitdifferenz. Und gegeben ist außerdem die Geschwindigkeit, V ist 6 m pro Sekunde. Das ist gegeben und gesucht ist in dem Fall der Weg S, also der Wegdifferenz-Fragezeichen. Und dann muss man V gleich S durch T, das Delta, bin jetzt zu faul, auflösen nach S. Also mal T und bekomme dann, schreibe ich es hier hin, S gleich V mal T gleich 6 m pro Sekunde mal 2 Sekunden gleich 12 m. Und diese 12 m sind also der Weg, den ich in diesen Zwischensekunde 1 und Sekunde 3 zurückgelegt habe. Und fertig. und fertig. Es gibt alles für die Videospvalue.